Kurze Geschichte, ein Wunschzettel, und zwar ein Wunschzettel für Frauen. Andrea Schomburg hat uns erlaubt, das vorzutragen aus dem Buch Josef macht die Musik leiser. Und so sieht dieser Wunschzettel für Frauen aus. Ohne Folgen maßlos fressen Männer, die von uns besessen, die mit uns durchs Leben gehen, auch wenn sie uns nicht verstehen. Kurz die Prinzen sind statt Frösche. Dann noch echt Pariser Seidenwäsche, 100 Paare Stöckelschuhe, eine volle Tiefkühltruhe, Haushalt, der sich über Nacht ratzfatz immer selber macht. Kinder, die nicht nur als Kind ausgefüllt und glücklich sind, ein Beruf, der fasziniert und sich außerdem rentiert. Schönheit, Charme und Energie, denn, weiß Gott, wir brauchen sie. Und stets gut gezupfte Brauen, mit liebem Weihnachtsgruß, die Frauen.